Herzlich Willkommen zu der Folge FischkopfTV Hier ist der Fischkopf, wir spielen weiter Call of Duty Ghosts im Singleplayer Und wir müssen jetzt mal hier die Sprengsätze sprengen Und deswegen drücke ich hier drauf Und los geht's Wir müssen jetzt glaube ich schießen unter Wasser Ist das geil Erst im Space Jetzt unter Wasser Es hört einfach nicht auf total abgefahren zu sein Wieso könnte eigentlich unsere Waffen unter Wasser schießen Und was ist hier eigentlich los? Fragen über Fragen Und haben wir eigentlich Haben wir eigentlich so einen Taucheranzug für Hunde? Wo ist eigentlich der Hund? Wow What Ah ja sorry Leute Überraschung von unten Bababa Hey Ähm Oh shit Ich seh nichts Ich seh nichts Ich seh nichts Ich hasse Schnee Level Ohhhh Ich muss kurz nachladen Geht sofort weiter ums Ich bin doch sicher Ich bin doch sicher Dass sie sich zurückziehen Bullshit Der war verletzt So Da komm was Da komm was Gleich haben was Ohhhh Ich könnte sie zurückwerfen Ich weiß das Aber ich lauf immer lieber weg Ich bin doch mal weg Juhu Wie viele da immer sind ne? Das hört man nicht auf Ich bin doch mal weg Wie viele da immer sind ne? Das hört man nicht auf Zulis Zulis Ich bin schon die ganze Zeit bereit. Und das Ding sollen wir versenken? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was soll ich tun? F um... Was? Hallo? Oh shit. Newt. Äh. Weißt du, früher, ne? Da sind die Leute noch die Seile hochgeklettert, ne? Und heutzutage muss man sein Handy damit nutzen. Dafür nutzen. Guck mal, das ist so eine Seil-Hoch-Zieh-App. Das ist übrigens ein iPhone, was wir da sehen. Wer will hier Stress? Du. Und du. So auch noch. Jungs. Okay, warte. Das hört nicht auf. Früher war es ja so. Da war es ja so. Die sind so lange gekommen, bis du an den gewissen Punkt gegangen bist. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Bärm. Aus der Hüfte. Kommt ihr Jungs? Wo ist Riley? Was ist das mit Metall und Kugeln? Das habe ich ja schon mal gehört mit dem zurückziehen, ne? Das ist keine Verarsche gewesen von euch. Ich bin immer noch sauer, deswegen. Oh, meine Muni ist gleich alle. Schon wieder. Ja, warte mal. Ich brauche erstmal hier. Ich brauche nochmal eine Waffe. Habe ich hier eine? Zack. Ich komme mit. Shit. Ja, das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Ecken sichern. Wow. Ich glaube, das ist nicht so gelaufen wie geplant. Okay. Was war das denn? Ja, wirf. Wow, 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 wow. Das sind ja ein paar mehr jetzt, ne? Wieso war der nicht tot hier? Ich habe drei Magazine auf den geballert. Oh. Hallo. Ja, auch noch hier. Oh, shit. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Lebt er noch? Oh, das ist noch 23. Guck mal da. Die Waffe ist kacke. Ich brauche eine andere. Ob der? So was. Aufpassen. Wir brauchen den Vorarbeiter leben. Oh. Er lebt noch. Sehr gut. Hand drauf. Schalt ab, Kleiner. Nein, nicht. Ihr Jagd-Hochverkehr wie genug. Stopp. Wie scheiße, was soll das? Wir brauchen den Vorarbeiter. Wir brauchen den Vorarbeiter. Boah, das hat ihn getötet. Warum tust du das? Er ist vom Votum weg. Da oben wird es gleich unangenehm. Verstand, wir sind sicher. Also gut, dann nach oben. Wie nach oben? Ich denke, das aktiviert euch alles. Er ist auf seinem Befehl feuern, ja. Merrick, der harte Typ. Mit da unten. Feuerfeier, okay. Ich sehe nur keinen hier, weil alles brennt und mich blendet und hier so viel los ist. Und aus den Leuten auch mich schießen. Alles gut, alles gut. Alles gut. Okay. Oh, zu viel hoch. Zu viel hoch. So, was macht man denn? Digga, bleibt steht. Okay, die Munition ist auch bald alle. Können wir weitergehen? Ja, endlich. Granade! Hab ich irgendwie erwischt? Ist das ein Kumpel hier von mir? Sieht so aus. Hoppa! Er grande, 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 war da noch mal da oben. Ich weiß es nicht. Wo müssen wir hin? Oh, shit! Was war das? Was zur Hölle war das? Bitte sehr. Ich kann mich noch nicht schießen oder was? Feuer, nein! Feuer, nein! Oh, nur das. Okay, runter. Nachladen. Den töten. Ich hab alles im Griff. Ich hab alles im Griff. Da ist ja meiner. Hier. So ein bisschen wie Mohr. Nur sieht besser aus. Oh, da ist noch einer. Die Waffe lädt so unglaublich lange nach. Ui! Oh, ich glaub, die flog nicht so weit. Na ja, doch ein bisschen. Das sah schön aus auf jeden Fall. Kann auch einer sagen, sie zieht sich zurück. Denn das stimmt gar nicht. Hallo? Oh, 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 oh. Irgendwie kommen sie ja immer von allen Seiten, ne? Da links kam, glaub ich, auch noch einer. Da, siehst du? Schau, ich hab mich auch eben erwischt. Die alte Kacksau. So, ich werfe mal da nochmal eine Granate hin. Ach, Mann, ey. So, warte. Erstmal hier verstecken. Ich bin da eben irgendwie ganz komisch explodiert. Ist euch das mal aufgefallen? Wo müssen wir lang? Ich will nicht schon wieder explodieren, Leute. Okay. Okay. Wir haben ein Helik für die Evakuierung. Lassen die Bahn laufen. Verstanden. In zwei Minuten kommt Kommando. Komm, wir über die Nordseite. Wir warten auf euch. War doch nett, dass sie auf uns wartet. So, Merrick. Zeig mal, was hier. Hier ist doch unauffällig. So, Kommandozentrum geht's hier durch. Dann lass uns doch hier lang gehen. Oh, shit. Wenn ich mich ducke, ist alles okay mit der Luft. Ja, ja. Wie im Borenleben. Was haben die jetzt hier gemacht? Gelöscht oder was? Wollen wir weitergehen, Merrick? Oder hast Angst? Hier, Waffe wechseln. Oh, das ist ein Sniper, glaube ich. Ah, nicht gut. Nicht gut. Oh, shit. Unten bleiben, unten bleiben. Gut, dass wir hochgehen. Da ist Luft dann immer besser. Hauptsache, wir ducken uns. Oh, oh, oh. Okay, ist das unser Heli? Ja, die meisten habe ich schon erledigt. Ich danke sehr, Hubschraubbär. Oh. Wo, wo sind die wieder alle? Da oben noch, oder? Ich finde, die sind schlecht Leute erkennen. Oh, jetzt doch eine Brilleball. Oh, fuck. Überlebst. Überlebst, bitte. Ich sehe hier keinen. Ist das ein Kumpel? Ja. Oh. Oh. Oh, fuck. Hier. Oh. 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 Oh, der. Oh. Ähm. Machen wir schon bald. Schießt da einer... Schießt da einer mit einem Raketenwerfer? Oh. Oh, Gott. Wo ist ein 2MG? Da. Hab ihn. Keigen. Ihr könnt loslegen. Verstanden. Keigen. Leg mal los. Das sind noch so viele. Ah. Können wir jetzt bitte einsteigen? Ich habe ein bisschen Angst wegen Explodieren und alles. Ja, wie mache ich das? Leuchtet bestimmt jetzt gleich hell, ne? Hier? Oh. Ähm. Wir haben viel verschwenden Zeit. Mach in! Ja. Wo denn? An der Schaltpult. Ich bin doch am Schaltpult. Hier? An der Schaltpult. Ja. Halte den Druck im grünen Bereich. Ich überlade die Pumpte. Äh. Okay. Okay, also los. Halte uns auf dem roten Bereich. Dauert nicht lange. Oh. Minigame. Oh shit. Oh. Reicht das? Mach schon. Yes. Ich schreibe mich einfach den ganzen Tag lang an. Ich schweine. Nee. Ich schreibe mich einfach den Tag lang an. Ich schreibe mich einfach. Oh. Oh. Das ist nicht. Bewegung. Action Johnson. Oh. 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 Ja, so ein Ölbohrturm versenken ist total gut. Für die Umwelt. Ihr Schweine! Ihr habt die Welt kaputt gemacht. Okay, wir waren es. Tut mir leid, Zombie. Äh... Okay. Ach, shit, schon wieder tauchen. Ähm... Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war's für diese Folge. Ich freue mich total auf die nächste. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns. Euer Fischkopf. Tschüss! 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 Tschüss!